Jetzt seht ihr es auch direkt schon, unser Name bewegt sich Leute. Digger, gönn, gönn. Was geht Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video von mir. Heute habe ich ein nices Video für euch, denn ich zeige euch heute, wie ihr euren Namen in Brawl Stars farbig macht. Und zwar nicht das normale Farbig, was jeder kannte, sondern mehrere Farben in einem und das bewegt sich dann live. Und ja man, ich habe einfach so viele von euch gesehen, die mich immer wieder fragen, wie ich das gemacht habe und so weiter. Und heute zeige ich es euch und wir switchen auf jeden Fall rüber. Lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Und Leute, ach ja stimmt, ich habe jetzt einen neuen Brawl Stars Kanal aufgemacht. Auf diesen Kanal hier will ich zukünftig bald nicht mehr live gehen. Deshalb habe ich einen Livestream, also einen Brawl Bro Live Kanal auf YouTube gemacht, wo ich nur live gehen werde. Also auf jeden Fall, wenn ihr meine Livestreams guckt oder die gucken wollt, dann checkt auf jeden Fall meinen neuen YouTube Kanal ab. Einfach erster Link kurz draufklicken, kurz abonnieren und die Glocke aktivieren. Ganz, ganz wichtig. Wenn ihr abonniert und die Glocke aktiviert, dann küsse ich euer Herz. Wir switchen rüber. Let's go. Und zwar Freunde. Hier. Also, ich kann es euch jetzt perfekt zeigen, denn ihr braucht dafür den Brawl Pass. Das ist die einzige Voraussetzung, die ihr braucht. Da jetzt der neue Brawl Pass rausgekommen ist, kann ich das einfach nicht mehr ändern. Denn das ist auch was, was viele nicht wussten. Es ist, also du brauchst immer den aktuellen Brawl Pass, damit du das hast mit den Farben, mit den bunten Namen. Anders geht es nicht. Weil guck mal, ich habe hier die ganzen meinen Standardfarben. Nicht irgendwas Bewegendes oder so. Und das kriege ich jetzt, sobald ich mir den Brawl Pass hole. Let's go. So, ich bin Startler. Zack, 360 Gems. Schmeckt, Digga. Oh, wir hatten sogar genug Gems. Ja, moin. Egal. Passiert. Okay, also. Brawl Pass. Let's go, Digga. Wir holen uns den... Sollen wir den nur meinen oder den mit den 6 Stufen holen? Ich glaube... Zeig mal ganz kurz. Ja, Digga. Ich glaube, wir nehmen den mit den 6 Stufen. Oder, Leute? Was meint ihr? Digga, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir machen es, oder? Wir machen es. Und 3... Das sind 80 Gems mehr. Der sparsame Boss, oder? Oder der sparsame, Digga? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Wir holen uns den normalen, Mann. Dann kann ich mir noch easy da von dem Geld ein Pinpack holen. Brawl Pass freigeschaltet. Saftig, knaftig. Also. Erstmal Super Ranger Brook. Moin, 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 Bro. Was geht ab, Digga? Der sieht übertrieben krank aus. Ich finde, der sieht aus wie ein Power Ranger. Ich schwöre, der sieht einfach geisteskrank gut aus. Also. Jetzt seht ihr es auch direkt schon. Unser Name bewegt sich, Leute. Oh mein Gott. Instant geändert. Einfach Instant. Es gibt ja auch dann gar keine normalen Farben mehr, sondern es gibt ja auch nur noch dann die hier. Also hier seht ihr es. Das ist auch mit die beliebteste Farbe. Sonst habe ich auch ganz oft lila gesehen. Oder blau bewegend. Und das sieht halt einfach geisteskrank cool aus. Und. Ja, Mann. Hier sehen wir auch zum Beispiel andere. Wer hat Hacker, die einen bewegenden Namen. Dann. Ja, Mann. Das sieht einfach nur nice aus, Leute. Checkt es auch mal ab. Hier in der Lobby. So sieht es aus. Warte mal. Wir ändern welche Farbe. Wir machen mal blau. So. Okay, lol. Hat sich auch nicht geändert, lol. Guck mal. Lol. Lila. Hä? Hier ist immer noch die alte Farbe. Warte. Ich glaube, ich muss eine neue Lobby aufmachen. Lol. Egal. Hier seht ihr es, wie es sich bewegt. Es sieht einfach übertrieben krass aus. Also jetzt, damit keiner mehr die Frage offen hat, wie man sich das macht. Ihr müsst euch einfach den aktuellen Brawl Pass holen. Und dann habt ihr ihn. Also dann habt ihr diese Möglichkeit, die Namen so bunt zu machen. Und es sieht einfach überkrank aus. Das feiere ich auf jeden Fall mega, dass Brawl Stars das gemacht hat. Und Freunde, ich würde sagen, wir holen uns... Wir öffnen mal ganz kurz hier die Megabox und die große Box. Eventuell ziehen wir, Serge, seine Star Power oder sein Gadget. Das brauchen wir nämlich beides noch. Let's go, bitte. Schade. Münzen. Große Box. Let's go. Ja, okay. Ja, okay, Digga. Was haben wir noch? Sonst können wir uns noch... Wir könnten uns noch diese zwei Megaboxen hier holen. Wollen wir das machen? Wir machen das. Wir machen das, Leute. Let's go. Lasst dafür auf jeden Fall alle einen Likes haben. Zeig mal, die Chance für eine Star Power 1% für ein Gadget 2%. Komm schon, gönn, Digga. Gönn. Gönn. Au, wir ziehen was. Bitte. Das Gadget ist krank. Und ich weiß nicht mehr, was die Star Power gerade macht. Das habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Jawohl, Digga. Wir ziehen was. Let's go. 3, 2, 1 und... Gadget. Nice, Digga. Das Gadget kenne ich. Und das ist überkrank. Das ist das mit dem Teleportieren. Geisteskrank. Und? Schade. Das wäre heftig gewesen. Oh, wir haben ja... Archiv-Skin. Nicht Teil der regulären Skin-Rotation. Oh. Der Skin ist selten. Der Skin? Was heißt das denn? Archiv-Skin. Habe ich das bei irgendjemandem auch? Ne, habe ich den Safe nicht. Wo ist mein Mortis hier? Aber gegen den Mortis kommt er halt absolut nicht an. Na, das ist das Ding. Aber der ist halt krank, Digga. Soll ich mir den jetzt holen? Den gibt es danach nicht mehr. Heftig. Ich glaube, den hole ich mir noch. Leute, soll ich mir den holen? Schreibt es in die Kommentare. Und wir jumpen jetzt in eine Runde rein. Zum ersten Mal mit Gadget, Alter. Boah. Ich freue mich, Leute. Ich freue mich. Digga. Das Gadget, falls ihr es nicht gesehen habt. Aber ich denke, ihr habt es schon gesehen. Das ist geisteskrank. Ich kann mich einfach so heftig teleportieren. Ich habe es dreimal. Bruder. Darauf freue ich mich aber jetzt. Übertrieben. Komm, Digga. Ich bin so langsam. Komm, Bro. Also am geilsten wird es sein, wenn mich einer pushen kommt und ich dann das Gadget benutze. Das wird am crazysten aussehen. Ich brauche unbedingt meine Level. Digga. Okay, dann nehmen wir uns den Energy Drink. Auf entspannt. Zack. Oben ging es mich ab. Mit dem Frank habe ich gesehen. Hier ist der nächste Energy Drink. Da müssen wir dann bleiben. Easy going, Freunde. Ja, wir kriegen den ja auch noch. Oder auch nicht, Digga. Oh mein Gott. Warum habe ich mein Gadget nicht verwendet? Oh mein Gott. Das wäre der perfekte Moment, mein Gadget zu verwenden und ich verkacke es einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, Digga. Nochmal. Wir haben einfach das Geld immer noch nicht gesehen. Ja, moin. Digga. Wir müssen jetzt Erster werden. Wir müssen jetzt Erster werden. Es reicht. Es reicht. Oh, hier haben wir den Power Ranger Brook. Zwei Hit. Frank. Bull darf man nicht als Serge unterschätzen. Da bin ich schon oft genug dran gestorben. Aber jetzt easy. So, Level 2. Easy da. Okay, warte. Ich muss jetzt mit Gadget auf jeden Fall meinen Kill machen. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Komm, auf den Elprinogen. Zack, Digga. Komm, wir machen ein bisschen mehr Range. So. Entspannt. Boah, das war sick. Sick, Digga. Einfach nur Ehre genommen. Clean. Clean Ehre genommen, Leute. Oder? Krank. Das war ein OP-Move. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So. Kurz bevor er den Endring geschafft hat zu bekommen, habe ich ihn weggesneakt. Oh, boah. Er ist fast instant tot gewesen. Ja, moin. Gegen Pam. Beide fast down. Welche von den beiden sollen wir pushen gehen? Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Ich hab doch den Energy Drink aufgehoben. Ich hab doch den Energy Drink aufgehoben, Leute. Okay, Digga, du wirst das jetzt missbereiten, oder? Ja, Mann. Oh, mein Gott. Es soll einfach nicht sein, Leute. Es soll einfach nicht sein. Und an dieser Stelle beende ich auch das Video. Digga, unglaublich. Wie viel Pech. Egal. Passiert, Leute. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ich würde sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat. Ach stimmt, ich hab hier noch meinen ganzen Trophäenpfad. Den wir auch noch abholen gehen werden. Dann, ja, Mann. Lasst auf jeden Fall ein Like da, Freunde. Ich würde sagen, haut rein. Wir sehen uns. Abonniert meinen Kanal. Abonniert jetzt unbedingt meinen Livestream-Kanal. Erster Link. Und haut rein. Gönnt euch den Leon Bro Merch. Abonniert mich auf Instagram, auf TikTok. Und wir sehen uns. Bleibt stabil. Und ciao.